Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Um richtig Teigwaren zu geniessen, müssen Sie nicht unbedingt ins Süden fahren. Denn die Vielfalt an Sorten und Formen gibt es auch in Ihrem Co-Bladen. Ein Vorteil der Gala-Frischeier-Teigwaren ist die grosse Auswahl. Aber auch die Qualität wird bei Co-B gross geschrieben. Die Qualität beginnt bei den Rohstoffen an. Für die Herstellung der Gala-Frischeier-Teigwaren braucht Co-B ausschliesslich das beste Spezial-Hartweizengris. Und für die Produktion werden natürlich auch noch viele Eier verwendet. Für eine Tagetproduktion braucht Co-B über 100'000 Eier. Und dieser grosse Ei-Anteil gibt den Gala-Frischeier-Teigwaren nicht nur die schöne geile Farbe, sondern auch den höcheren Nährwert. Wichtig ist aber auch die Verarbeitung selber. Co-B hat eine eigene Teigwarenfabrik, die mit grösster Sorgfalt und nach der modernsten Methoden die Gala-Frischeier-Teigwaren hergestellt werden. Und jetzt noch etwas zum Aufbewahren. Die Gala-Frischeier-Teigwaren kann man mindestens ein Jahr lang lagern. Sie sind also sehr ideal als Vorrat. Und auf jeder Packung ist das letzte Verbrauchsdatum genau angegeben. Gerade jetzt kann man bei Co-B alle die Gala-Frischeier-Teigwaren sehr günstig einkaufen. In Ihrem Co-B-Laden finden Sie jetzt eine Neuheit gegen den grossen Durst. Iced Tea mit Zitrone und Vitamin C. Iced Tea gibt es als Pulver zum selber anrühren oder fix fertig in der praktischen Pure Pack. Mit Eiswürfel und einer Zitrone- oder Orangenscheibe serviert ist Iced Tea eine herrliche Erfrischung für warme Tage. Unterwäsche aus 100% Baumwolle ist angenehm zum Trägen und einfach zum Pflegen. Co-B offeriert Ihnen Unterwäsche für die ganze Familie zu günstigsten Preisen. Zum Beispiel die modische Damen-Slipp mit dazu passendem Top. Beides mit feinem Düllspitzen-Einsatz. Für die Mädchen und die Jungs gibt es Slipp, Hemmli und Liebli, Üni und Bedruckt. Und auch für die Männer hat Co-B die passenden Slipp und Liebli in verschiedenen Farben und Muster. So und jetzt schalten wir in die Studioküche. Ich glaube es gibt heute etwas Gutes vor allem für Kinder. Grüezi miteinander. Heute spreche ich vor allem den grossen und den kleinen Kindern an. Es gibt Fotzelschnitten oder Goldschnitten. Wir brauchen dazu Toastbrot, Milch, Eier, etwas Salz, Anken und natürlich Zucker und Zimmet. Und so werden die genusprig-süssen Scheiben gemacht. Toastbrot in Milch drüllen. Abtropfen lassen. Dann im Ei, das wir mit etwas Salz vergewirrt haben. Und dann im heissen Anken goldbraun backen. Mit Zucker und Zimmet bestreut werden die Fotzelschnitten noch lauwarm serviert. Ich werde die Äpfelschnitzel dazu geben. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung dieser Woche. Und ich wünsche Ihnen zur Zubereitung viel Vergnügen. So das wäre es gewesen. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gehen und noch einen schönen Abend. Was Sie noch bei Coop günstig einkaufen können, zeigen wir in den Aktionen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Aligala Frischeier-Teigwaren im 500g Beutel 40g günstiger. 2 Paar Landjäger im Netzli oder Wack verpackt. Statt 2,95g nur 2,20g. 1 Liter Sinalco statt 1,45g jetzt nur 1,10g. 250g Coop Magerquark statt 85g jetzt nur 65g. Und 150g Grob Rahmquark statt 1,20g nur 1 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag Bananen per Kilo jetzt nur 32g. Neue inländische Herdöpfel per Kilo nur 1,75g. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Untertitelung. BR 2018